... mit einem Gipshaxen für den Lärm machte ich danach. Wenn man sich doch eine hohe Geld hat, das ist... Also ich bin ja sehr bedacht darauf, deswegen bin ich daheim fürs Putzen zuständig. Dementsprechend schaut's aus. Das stimmt. Ja, richtig? Ja, das ist ja normalerweise nie ein Problem. Aber irgendwann habe ich dann doch ein ganzes WIRM-Einwohner gefunden bei mir. Weil ich habe schon einige Viecher daheim gehabt, das ist ja nicht so. Ich habe Ratzen, Mais, Covid-Harmster, sogar keinen Nickel haben wir daheim gehabt. Ich habe sogar einen Ratzen gehabt, der hat Rosama geheißen. Ja wirklich, der ist mir ausgebüxt gleich am ersten Tag, hat sich dann unter der Küche verbarrikadiert, ist nie mehr rausgekommen. Das war noch nicht so schlimm gewesen, aber nach zwei Wochen da angefangen und dann Videoerfolgschaften schicken müssen. Das wollen wir dann nicht mehr ganz. Ja, aber irgendetwas, was unter dem Kühlschrank klebt. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich sage Franz dazu. Und eben unter solchen Gelegenheiten, da findet man dann immer wieder was. Ich habe zum Beispiel unter der Bademanne im Feuchtraum, Feuchtgebiet, habe ich einen Fisch gefunden, einen Goldfisch für allme Leute. Das ist, das wird jetzt vielleicht nicht so leicht sein, aber ein Goldfisch vor allem leid, das ist, ah, ich weiß es nicht leise, ein Sylerfischer. Kennt ihr das irgendwie? Das ist einen Zentimeter lang. Frist der Süd, hat zwei schwarze Knopf, Auge und ein paar Fühler, einen Haufen Haxeln und das kannst du so sehr schauen. Und über dieses posierliche Tierchen habe ich mich erfrecht, ein Liedlein zu schreiben und habe heute tischiert, euch das vorzutragen. Ich hoffe, es traust euch mit zu. Die Ballade vom Sylerfischer. Eins, zwei, auf jeden Fall, drei. Am Anfang war alles warmlos und nicht der Rede wert. Jetzt ist mein Leben fortblos und alles lach verkehrt. Bekommen hofft es alles, daheim bei mir im Boot. Wo sich unter der Bodenwand ein Fischerleidnis hat. Ein kleines Sylerfischer, der hat bei mir im Boot. Schau mich mit große Augen an, weil es Angstholt von mir hat. Ein kleines Sylerfischer, das ist doch kein Malheur. Und weil ich so ein Tierfreund bin, der kümmert's mich nicht sehr. Bei Putsi hab ich aufpasst, dass ich nicht drüberwisch. Weil so ein Wetttext tödlich ist, für einen Sylerfisch. Damit's ja richtig gut geht und bin gefüttert und gepflegt. Und jeden Tag sein Nester frisch mit Watte ausgeregt. Ein kleines Sylerfischer, der hat bei mir im Boot. Schau mich mit große Augen an, weil es Angstholt von mir hat. Ein kleines Sylerfischer, das ist doch kein Malheur. Und weil ich so ein Tierfreund bin, der kümmert's mich nicht sehr. Spülf ich schon, spülf. Irgendwann, nach zwei, drei Monaten, da war's dann auch so weit. Er stört mir sein Familie vor, ich hab mich richtig gefreut. Die alten Geschwister tanken an, die Zwerger und die Riesen. Und alle drei sind bei mir daheim unter meine Fliesen. Spül mir das Lied vom Klo. Das war dann doch der Punkt, wo's mir zum Grasen angefangt hat. Und mit der Lappen aufschrei, bin ich aus Burdausenboot. Die Familie war entrüstet, ich hab sie tief verletzt. Und die ganze Fischermeute gegen mich aufgehetzt. Drei Mal bin ich schon umzuhn, wir sind noch immer da. Und mittlerweile leben so ein Kinderkuchen, ja, danke, ja. Ich glaub, wir haben uns auch ein Bier, wir haben ein Ort gegeben. Und habe ja schön sauberholt, aber tut mir keiner weh. Null so arg gedacht, wir gehen nicht mehr aus dem Sinn. Dass ich in meiner eigenen Wohnung nur mehr geduldet bin. Ach, ja, mit Silberfischern, da hat man mir im Bock. Schon ich bin keine Augen an, weil täglich nicht bedroht. Ach, ja, das Silberfischern, das war ja noch erträglich. Damit der Gassel-Siegschock ist mein Leben unerträglich. Und mit der Gassel-Siegschock ist mein Leben unerträglich. Und mit der Gassel-Siegschock ist mein Leben unerträglich.